Komm, da wo wir jetzt sind, da waren wir schon. Du weißt ganz genau, es wird sich lohnen. Hallihallo, liebe Freunde, mein Name ist Yannick. Ich sitze hier mit Bad Chief, der übermorgen seine neue EP veröffentlicht, die heißt Mighty Lead Later. Eingangs erst mal die Frage, löscht du oder wie so Mighty Lead Later? Du musst mir Angst haben. Und ja, es ist auch nicht geplant so, aber vielleicht might. Ah might. How come? Warum? Nein, nein. Titel ist mehr so generell eigentlich daher gekommen, dass es so ein bisschen die Generation widerspiegelt, in der wir gerade sind, wo die Leute einfach viel zu viel Einflüsse bekommen von Social Media und denen eigentlich die ganze Zeit nur gesagt wird, du bist nicht gut genug, du bist irgendwie das Bild, was du hochgeladen hast, den Song, den du gemacht hast, das Video, was auch immer. Was du eigentlich feierst, ist cool so, aber du siehst plötzlich auf dem Poster neben, dass jemand noch mehr Geld hat und noch ein geileres Bild gemacht hat, dann fühlst du dich wieder unsicher und wirst es wieder löschen. Also ich meine, dieses zu viele Einflüsse von außen nicht dafür stehen, was man eigentlich macht, einfach generell dieses Schwammige hin und her die ganze Zeit. Ich habe voll das Gefühl, dass du irgendwie auf der EP viel mehr Preis gibst von dir als zuvor auf eine Art und irgendwie mehr auch Songwriting mäßig nochmal anders an die Sache rangegangen bist, nicht mehr so metaphorisch, sondern schon direkter, klarere Aussagen, auch voll positiv irgendwie auf eine Art. Ja man, ich glaube, es ist auf jeden Fall eins direkter so, aber prinzipiell immer noch so, dass man es auf mehrere Situationen beziehen kann, weißt du, ich meine, ich glaube, es ist für jeden, der vielleicht nicht in der Situation war, die jetzt da erklärt wird, immer noch Spielraum, um sich selber darin wiederzufinden. Du hast ja auch diesen Ex-Song, Songs über Exen, der immer so, ich hasse dich, 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 du gibst halt noch so Tipps, nicht nur Tipps auf den Weg, aber so Wünsche auf den Weg. Weil ich meine, am Ende des Tages so, dass auch ein Mensch, ein Mensch mit dem man viel Zeit verbracht hat und dem man eigentlich ja geliebt oder immer noch lebt oder geliebt hat, am Ende des Tages, wenn nicht irgendwas passiert, dass so viel man ihn hassen kann, dann liebt man ihn ja eigentlich. Und ich glaube, das Positives zu beenden ist auch besser für einen selbst zu vergeben, einem selbst vergeben, ihr oder ihm zu vergeben. Das ist einfach ein anderer Ansatz, einfach positiv zu bleiben. Dieser Hass, Bro, der macht kaputt. Worum geht es in 23? Weil da ist mir auch krass aufgefallen, dass du extrem persönlich warst. Das ist auch, glaube ich, so mein Favorite Song. 23 hat auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall darum, dass es so, diese ganzen Leute reden über einen und man will es irgendwie beeinflussen. Man will so sein, damit der nicht denkt, dass man so ist. Eigentlich ist es einfach nur diese Erkenntnis, dass man denkt, was man will. Jeder denkt, was er will. Wenn wir jetzt hier sitzen und danach gehst du nach Hause, dann hast du ein Bild von mir. Ich meine, wir kannten uns davor, da hattest du ein Bild, vielleicht danach ein anderes, aber du denkst, was du willst. Ich kann das nicht wirklich beeinflussen. Und es ist voll anstrengend zu versuchen, es zu beeinflussen. Das heißt, es ist eigentlich so, ich mache einfach, ihr denkt einfach, alles cool. Und auch generell so ein bisschen der Weg, den ich auf mich genommen habe, um hier zu sein, egal wo ich bin. Weißt du, einfach so ein bisschen dieses Reflektieren über die Zeit in den letzten zwei, drei Jahren. Ich finde, die EP klingt größtenteils ziemlich hausig auf eine Art. Ja, man, safe. Wie kam das? Kommst du da her aus dem Haus? Eigentlich gar nicht so unbedingt. Also ja, irgendwo habe ich das immer gehört und so. Aber ich glaube, als ich in Bali dann war, Anfang, oder was war das, März oder so, da war ich ja alleine dann ohne Produzenten oder ohne irgendwen. Klar, Carlo war da, aber wir haben unser Shit so selber auch gemacht natürlich. Und ich habe dann alles selber sozusagen produziert und dann ist mir einfach aufgefallen, so, es fällt mir am leichtesten und es macht am meisten Spaß, diesen Sound zu machen, so. Und deswegen war ich so voll, voll happy damit und habe es einfach so durchgezogen. Und habe voll viele Songs in die Richtung gemacht und fand es voll geil. Weil es war voll die Vibes so von Sonne und irgendwie tanzen. Die Leute haben es gefeiert. Super rhythmisch einfach. Ich habe so gemerkt, ich kann voll so Percussion reinbringen, so Sachen, weißt du, wo ich herkomme, in der als ich wie Percussion, so. Es konnte, alle Elemente haben sich da irgendwie wiedergefunden. Und dann, als ich dann der SIP in die Sprache kam, dachte ich mir so, lass doch einfach mal auf diesem Sound bleiben, so. Und schauen, dass es nach einem klingt, so. Weil das ja ein Projekt eigentlich an sich haben sollte, so. Und deswegen, ich glaube, ist das auf jeden Fall dieser elektronische Vibe, safe, der Main Sound, so. Ich habe mich auch gefragt, ob das irgendwie ein bisschen mit deinem DJ-Tum zusammenhängen könnte, ob da auch irgendwie, weil du legst ja auch auf, ne? Safe, safe. Also DJ Mystic bin ich auf jeden Fall gerade auf dem Film, dass ich Richtung Haus und Elektro und so gehen will, weil es über Bock macht. Also, das Auflegenste auf jeden Fall. Warum macht das so Bock? Ich glaube, weil das atmet länger, so. Die Übergänge. Aber ich war relativ früh schon so auch in Elektro-Clubs und so und habe immer gemerkt, wie die Leute plötzlich anfangen zu schreien, wenn die Musik leiser wird. So, die jubeln dann alle. Ich sage so, boah, crazy bei Hip-Hop, wenn die Musik einmal auslöst, fangen alle an. Einen auch zu schreien, aber so, hey, was machst du? Ja, aber so was, hey, DJ. Bei Elektro sind alle einfach nur gut drauf und haben Bock. Hip-Hop auch, natürlich. Aber bei Elektro habe ich das irgendwie so wahrgenommen, weil ich auch nicht so oft jetzt auf Elektrofeiern war oder so. Das ist einfach auch eine andere Energie, habe ich das Gefühl. Andere Energie. Und ich war einmal, ich war, glaube ich, erst 16 oder 17. Da war ich in Brooklyn auf einer Rooftop-Party. Meine erste so Elektro-Party. Und ich komme da hoch, hatte gar nichts erwartet, nur auf Hip-Hop, weißt du? Und dann sehe ich so diese ganzen Leute, wie sie so im Sundown mit den ganzen Skylines so überdancen. Und ich war so, boah, das ist krass. Das sind andere Vibes. Außerdem auch ohne wirklich Vocals, weißt du? Taugt mir auch manchmal einfach, dass jemand, die nicht die ganze Zeit irgendwas ins Ohr redet, sondern es einfach mal so ruhig ist. Nein, Mann. Verstehe. Inwieweit hat Bali den Sound beeinflusst oder vielleicht auch dich oder den Text? Ich glaube, der Abstand von Deutschland generell und von allem, was hier passiert, von meinem normalen Umfeld, von den Einflüssen aus der Szene direkt, von den Einflüssen von meinen engsten Leuten, Familie und so, die waren ja auch alle nicht da. Und ich glaube, das war so in der Zeit wahrscheinlich die pureste Version von mir, weil ich war einfach alleine. Also ich hatte Carlo und alle waren da, natürlich, ich hatte meine Leute da, aber so die Leute, die mich wirklich täglich umgeben haben, die Sachen, die mich täglich umgeben, waren nicht da. Und dann war ich so das erste Mal so und dachte mir, cool, die Einflüsse nehme ich und wie gehe ich damit um? Die Sachen, weißt du, du weißt nicht, was morgen ist, du weißt nicht, wann Bali wieder aufmacht, wann du nach Hause kannst. Stimmt, ihr wart richtig locked ab. Ja, schon, das heißt, die Sachen sind alles so, wie du es nennen willst, nicht Ängste, weil ich hatte keine Angst, ich war in Bali, alles war gut, aber diese Gedanken. Dinge, die dich beschäftigen. Ja, schon, manchmal dieses, du wirst zurück, manchmal dieses, es gibt nichts Geileres als hier. Das war alles irgendwie so, hat mitgespielt und das wäre in Deutschland so nicht passiert. Ich möchte noch eine Sache fragen, weil du hast ja schon erzählt, dass ihr quasi getrennt gearbeitet habt und wie jetzt Cronich irgendwie größer seine Finger im Spiel hatte. Aber ich habe da trotzdem ein Feature rausgehört und zwar bei Film, glaube ich, kann es sein? Edo Sire. Ach, krass. Ja, man, Edo Sire ist drauf, Edo Sire ist auf Film. Das war irgendwie, kurz bevor ich zurückgeflogen bin. Ah, habe ich gar nicht erkannt, crazy. Ja, man, kurz bevor ich zurückgeflogen hat er mir geschrieben gehabt, ob ich auf sein Album will, da habe ich einen Part da gemacht und dann habe ich ihm einen Song, habe ich einen Film geschickt und dann hat es irgendwie sich auch erst jetzt im September oder so hat er den Verse dann geschickt und dann haben wir uns auch erst letzte Woche beim Videodreh gesehen. Das erste Mal, aber die Vibes waren immer geil und er hat ja ein paar crazy, also es ist halt perfekt gepasst und ich fand dieses, weil es ja nicht unbedingt das ist, was man von ihm kennt, über dope, dass er sich so auf meinen Sound, er hat sich so darauf eingelassen, das zu machen und voll gekillt. Jetzt muss ich, eigentlich hasse ich solche Fragen in Interviews und ich habe sowas selber noch nie gemacht, aber das muss ich jetzt einmal machen, weil du so nah dran bist und weil gestern eben diese überfetten Bomben geplatzt sind. Und Crows Album, erzähl mir alles. Gibt es irgendwas, was du erzählen darfst? Was willst du wissen? Inwieweit bist du involviert gewesen? Generell. Ohne jetzt hier Features zu erzählen. Generell ist es so sein Album, sein Projekt und er produziert alles selber, er schreibt alles selber, er macht alles selber. Also ich meine, Verlauf, ich weiß nicht mal, ob der drauf ist, ich denke mal schon, weil das ja ein bisschen ist. Das ist so geil, das ist so mysteriös alles. So, Verlauf haben wir dann sozusagen zusammen gemacht oder beziehungsweise Features gemacht. Ich glaube, dass das generell alles einfach viel mit Vibes zu tun hat und daher wir zusammen dort waren und ein Großteil der Songs auch dort, ich weiß es nicht mal, welche Songs letztendlich drauf sind, aber von denen ich weiß. Was passiert sind, als ich da war, glaube ich, meine Funktion wäre eher so, wenn er irgendwie wissen wollte, wie da, da, dann meine Meinung einfach geben und meinen Input geben, so. Aber als kreativer, so Bouncingball-mäßig einfach so. Also, das könnte man vielleicht noch machen, dann sagt er nein, das könnte man noch, dann sagt er ja. Weißt du, du weißt gar nicht genau, was am Ende, das passiert einfach so, aber natürlich, mainly, es ist sein Ding und sein Dings. Ich finde es aber voll schön, dass es bei euch so ist, dass ihr da so, ne? Ja, ich glaube, das Schöne daran ist, eher für mich zu sehen, dass jemand wie er so eine Legend für mich oder für Deutschland, obviously, mich so respektiert und meine Meinung so viel Wert drauf legt und das auch hören will, weißt du, ich meine, der fragt mich dann, was denkst du? Aber er zeugt ja auch einfach nur von deinem Spiellauf nach. Ja, aber ich meine, es ist auch Respekt, weißt du, ich meine, es gibt viele Artes, wo man das vielleicht nicht bekommen würde, weiß ich nicht, vielleicht schon. Oder die dann in ihren Ego-Filmen. Ja, und er ist auf jeden Fall 100% down mit, er will das wissen und er hat Bock darauf und es ist die Position an seiner Leite, dafür akzeptiert zu werden, ist auf jeden Fall eine Ehre, weißt du, wie ich meine? Mhm, mhm. Ob ich jetzt da irgendwie groß was gemacht habe oder nicht, das interessiert dann auch niemanden so und ist auch gar nicht wichtig, aber allein so dabei sein zu können und appreciated zu werden und wichtig zu sein, ist auf jeden Fall immer schön so. Da würde ich jetzt erstmal einen Punkt hinter machen, das klingt doch gut. Punkt. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Übermorgen kommt dein Tape. Ja, Mann. Dein EP. Ich freue mich sehr drauf, wenn die anderen Leute das jetzt auch endlich hören können. Ja, Mann. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg weiterhin. Euch auch Gesundheit und Blessings, Alter. Auf jeden Fall und guten Rutsch. Wir haben jetzt bald einfach schon 2021. Boah, habe ich Bock, dass 2021 besser wird von der Weltsituation her, Mann. Hoffen wir mal das Beste. Bis dahin. Danke, Mann.